Hallo liebe Tanja, dieses kleine Video ist für dich. Ich habe es aufgenommen, weil wir mal darüber gesprochen haben, ob auf unseren Kurzrasenweiden überhaupt mal was blüht. Und ja, der Löwenzahn blüht jetzt im Mai, die Kühe fressen ihn gerne und stört da auch nicht, wenn es nicht viel mehr bleibt, muss man auf keinen Fall irgendwelche Pflanzenschutzmaßnahmen machen. Und ich hoffe, dass es auch Insekten gibt, die Freude an den Blüten haben. Und ich hoffe, dass es auch Insekten gibt, die Freude an den Blüten haben.